Automatisch händen, weil irgendein kack Ding da ist, es ist zum Mäuse melken, weißt du was? Der Sniper geht mir sowieso auf den Sack. Watswaffe. Kannst du nicht mal auf Entfernung, kannst du damit treffen, wie du lustig bist, auf Nane. Nicht wie es hier ist, dann trisch du nicht. Weil wir behindert sind in diesem Spiel. Rage Mode, ey. Heul doch mal rum. Ich heul gleich rum. Mach kein Bein. Pisser. Der. Molotow Cocktail, Molotow Cocktail, Molotow Cocktail, Molotow Cocktail, Granate. Abracadabra, Simsalabim, jetzt raste ich aus. Dann merk ich schon. La 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 la, halt's mal hau, du Rasen. La 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 la. Jetzt komm doch einfach mal hier, hier, friss die Granate, tschüss. Wer will noch was hier? Er ist gleich tot. Hätte ich auch liegen lassen können. Hätte ich auch machen können. Ja, guck mich nicht so da unten an. Ruhig. So bettelnd. Hätte ich nicht, ich hab nur gesagt, ich bin gleich tot. Mehr hab ich nicht gesagt. Ein Furzdreck. So. Bye. Weiter geht's. Hast du noch Granaten? Feuer einfach mal Granaten ab. Nö. Deine springt auch so extrem komisch weit. Ja, ne? Das ist ein bisschen, ich find das ein bisschen blöd. Ganz ehrlich. Findest du? Ja, weil, dass die nicht so, vorher schon so nah bleibt, wie meine. Den gleichen Effekt, aber nah bleibt. Weil dann hast du wenigstens alle, die in deiner Nähe sind. Tschüss. Bock auf dich. Naja. Halt so, ne? Bye. Das ist Geschütztürme, ne? Ja, die mach ich erst mal platt. Dann gib ich mir den Sack. Serious. Komm her. Hallo. Warum liegt meine... Nein. Nein, haut nicht. Nein, haut doch nicht ab, mein Freund. Ach. Ich hab dafür auch immer kommen, Wuny. Toll. Fuck, ey. Ah, Alter, ich geh nur noch do... Leben. Sterben. Leben sterben, Leben, Leben, sterben. Leben, Leben, sterben, Leben. Jetzt hab ich wieder Moni drauf. Was war das denn jetzt? Toll. Vor allem, ich krieg ja die ganze Moni jetzt schon wieder von wegen dir. Ja. Mann, jetzt hab... Pisst euch doch, ihr scheiß schwulen Kopter! Mann. Oh, nerv! Wirk! Und wir haben immer noch... Wo spawnen wir? Bitte nicht ganz hin. Oh, Gott sei Dank. Aber du kannst grad nix kaufen, ne? Nö. Ist ja irgendwie klar. Man braucht eigentlich was, aber... Wir sind ja nicht blöd. Wir wissen das schon. Wer ist nicht blöd, du? Na, du auch. Bist ja auch nicht blöd. Oder? Ja, so'n schwules Fickgeschütz hier. Ich bin auch bei Schwede tot. Ich komm schon. Ich war fast tot in einer zack neue Stärke. Komm hier, mach. Ah, meiner, meiner, meiner. Ich mach ja nix. Ich warte an Geno. Na, Psycho. Na, ausgetrickst hinter dich. Stieb doch einfach mal instant. Oh. So. 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 Oh. Fackwaffe. Jetzt hau doch ab, du blödes Pissding. Mann. Wie können solche Dinger nervig sein? Weiß ich nicht. Hallo. Ach komm. Jetzt mach. Ja, danke. Momentan sind diese scheiß Dinger nur nervig. Ich weiß. Ja, trefft man natürlich nicht. Tschüss. Ja, weißt du, dann geh doch nicht ins Trudeln hier. So. Die hässlichen Geschütztürme auch oben, ne? Ja, die sind ja... Ist ja nix. Klopf, klopf. Ja, ist mir auch scheiß egal, wenn der klopft. So. Bla 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 bla. Wir tun ja nicht. Schiff auf dann nach komm ich ohne sniper einfach ein auf die nerven gehen weil wir müssen wieder den ganzen weg zurück ne ja bohr komm klasse sie könnten aus dem kopf da einfach nur mehr auf warte ich hab was für dich wird sie bestimmt die lohn lang zu gehen meinst du ja sonst gibt es das was aufs maul bei uns oder so und war richtig also wir falsch wenn es jetzt herausfinden weißt du das ich habe nicht mal panzer vor acht panzer was sehr schön eine keine granaten mehr hallo ja ich habe auch gleich hier ein ohne fiesen jetzt lädt der ficker auch noch nach machen ab du scheiß kopter nein wie denn hier ist nix hier sind dinge auf der karte was sind die schwulen helikopter ja komm da hinten lang lad doch noch mehr nach lass die scheiß dinge doch mal in ruhe wohin rennst du ja ich weiß doch nicht ich hab noch ich will auf der karte gucken eigentlich nicht dass wir falsch sind sicher nein müssen wir nicht mehr können sein kann sein dass das so ein zwischending ist dass wir da irgendwo runterspringen ja ja das kannst du in der nähe von dem energie aufladen und das ist noch nicht das ende ne was schon klar das ist der entgegner mit hanschen jack schein hallo ja schwangerschaft erledigt hier erreiche die spitze des entfernen taus das wird jetzt bestimmt noch lustiger naja das sind die folgen des sterbens durchgehend sterben ja ich kann nix machen ja mach doch drauf geh doch drauf kann ich doch nicht wenn er nachlädt du Affe und mich dann wenn ich runter geschossen wäre meine Güte du kommst in so einen haufen von massen das ist unbeschreiblich in dem moment ja geil wer hat den jetzt wer hat diesen wichser denn jetzt abgeballert ich versuche es doch einfach nur ich lebe und jetzt bin ich wieder na warte ich mal hier oben platt in der Pista da hinten joa dieses hässige Geräusch ne kann ja nur wieder so ein Schmuller Copter sein man jetzt nerf nicht hier hinten ja haut doch nicht ab wenn ihr kämpfen wollt müssen wir eigentlich lang ich schaue es nicht 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 ja ich schaue es auch nicht zu dir zu kommen deswegen boah so einen hässlichen Elite-Wichser da der auch noch immer die ganze Zeit zurück rennt der ja das ist so ein Pussy-Wichser kommst doch nicht mal dran weil der immer abbraut ja die haben ja auch alle 26 weiß ich viele optionale Quests oder optimalen Quests wie übersprungen haben ja kann man bestimmt irgendwo hochgehen dass wir direkt da in dieses komische Ding reingehen oh kann man auch nicht mal ich weiß ja nicht mehr wo ja das muss irgendwo unten sein oder hä am Arsch das ist hier unten wieder ja 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 dann mal wieder runter springen komplett boah die Viecher ne springen boah war klar dass wir gleich wieder bist du kaum da dann gibts wieder Ärger ja ey du willst was normal gerade kommt oh dann muss ich aufladen das ist nämlich hinten wieder bei dem Fahrstuhl ja das ist ja wo denn auch sonst sind so dämlich ne wei warte mal wir können hier Munition kaufen ja ja hier ja 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 bogen jo ja ja ja